Was geht Freunde, White hier. Willkommen zurück zu Overwatch. Ja Freunde, ich habe gerade privat gespielt und dachte so, was jetzt nimmst du auf? Weil ich habe über Runden hingelegt, Freunde. Ich habe zwei Runden hingelegt, ne? Also ich habe in meinem Leben noch nie so gut gespielt. Wir mussten verteidigen, muss ich dazu sagen. Ja, ich habe natürlich mit meinem Bastion ein bisschen gesessen, Freunde. Aber ich habe Runden hingelegt, Alter. Ich habe bei den einen hatte ich 36,3 oder so. Und bei der jetzigen habe ich jetzt gerade 19,1 gehabt. Ich hatte in drei Punkten, nee, drei oder vier Punkten, war ich, habe ich das meiste verursacht. Ich hatte den meisten Schaden, die gehöchste Killstreak, die meisten Abschüsse, die meisten Verteidigungen, ne? Alter, ich sage es euch, Freunde, das waren Runden, ne? Ich weiß nicht, ob die gespeichert sind auf der Playsee. Ich hoffe es natürlich. Dann gucke ich, ob ich die irgendwie runtergezogen bekomme. Dann versuche ich, die euch hochzuladen, weil das war, Alter, das war ein Runde, ne, Freunde. Ohne Scheiß. Das Beste, was ich bis jetzt je gespielt habe, muss ich wirklich so sagen mit, ist das Beste, was ich bis jetzt je gespielt habe. So, Freunde. Jetzt warten wir, bis der wieder ein neues Match gesucht hat, weil die sind irgendwie alle rausgegangen. Woran mag das nur liegen? Woran mag das nur liegen? So, der sucht natürlich jetzt wieder ein neues Lobby. So. Ah, Freunde, ab und zu mal ein bisschen Overwatch kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, würde ich sagen. So, dann warten wir jetzt, bis er halt was gefunden hat. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind im Tempel des Anubis. Mir wurde der Bastion weggenommen, was aber nicht schlimm ist. Ähm. Wir haben ja Zeit für einen neuen Charakter, wa? Hm. Tempel des... Ach, das ist diese Dreckskarte. Okay. Ähm. Ja, passt mal auf, Freunde. Nehmen wir heute mal Zenyatta. Ich hatte den ja schon mal gehabt, damals in der Beta, glaube ich, irgendeine Folge habe ich da schon mal erzählt, ne. Ich wiederhole mich, glaube ich, auch jedes Mal wieder. So, Sphäre der Energiewelle. Der lädt Energie auf. Okay. Äh. Es wäre der Zwietrackkugeln, die, okay. Der erhöht Kugeln, die einfach bündeten Hallen. Alles klar. Gut. Ich bin fast verletzt. So, dann gönnen wir uns das mal. Stehen die hier vorne schon überall? Hier kann ich's nicht sehen. Hat da einer den Reinhardt? Ja, hat er schon. Schade. Den wollte ich nämlich auch mal genommen haben. So, wer von euch hat denn nicht so viel dem Komm her, Reaper? Hier, gönn dir. Da vorne war er. Okay. Ein Angriff beginnt. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. Die in die Schrauben. Okay. So. Yeah. Ja. Oh. Okay. Alles klar. Korrekt. Tch. Hammer. Ah, er wird schon. Da kommen wir nicht so rein. Der kann sich ja auch hallen hier. Ja, das wird nix. Nee, shit. Ah, da müssen wir mal gucken. Ich bin auch so doof. Ich hab ihn auch gar nicht gesehen. Ah. Ach, der hatte die alte daneben, ne? Genau. Okay. Ja, dann ist er ja ganz klar. Jungs, wohin mit euch? Alter, angreifen, angreifen. Schön. Ah, komm schon. Ist der wieder hier drin? Ja, ist er. Ich schnapp mir das Ziel. Äh, mach dich schneller unver... Alles klar. Spült die heilende Ruhe. Ja, das war schlecht von mir, ne? Das war dumm. Da waren einfach zu viele drin und ich renne da rein mit meinem Super, ey. Da weiß ja schon mal wieder, wer Highlight des Spiels ist. Aber viel ist es ja nicht mehr für A, also sieht ganz gut aus. Ja, schön. Oh, jetzt macht er hier vorne. Ah, Mann, da hat er sich wieder vollgehalten, der Typ. Ja, der... Ja, das war doch geil, nicht? Genau so, Alter. Der hätte, glaube ich, drei, vier Typen geholt, der Typ. Gut, 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 gut. So, jetzt müssen wir mal... ...verdreißen, ja? Ja, haben wir eingenommen. Mega. Wow, 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 wow. Von wo? Oh, ich komme nicht mehr... Ich kam nicht mehr weg. Aber so schlecht läuft's jetzt nicht, ne? Oder, muss ich sagen? Also, natürlich, ich bin ja mehr so der... ...Zauberer hier. Aber dennoch, muss ich sagen, ähm... ...es gab schon mal schlechtere Runden. Ich brauche mal hier so eine Heilung. Gibt's hier nix, ne? Oben steht er. Ah, komm schon, Reinhardt. Pack dein Dreck Schild weg, du. Der hat... ...der... ...okay, der hat gesessen, würde ich sagen. Dreifach Kill. Ja, ja, ja. Highlight des Spiels. Der Typ auf jeden Fall. Ich krieg den so nicht platt. Ich krieg ihn so nicht platt. Mir stimmt keiner weg. Ah, du kommst da... ...du kommst da nicht hin. Wenn der da mit seinem Reinhardt steht, der Typ. ...spürt die heilende Ruhe. Ja, du kommst da nicht hin. Scheiße. Wer... Wo ist denn unser Reinhardt? Hat er den schon wieder gewechselt, der Typ? Könnte sein, ne? Ach, scheiße. Jetzt steht er da. Ich wechsle den Charakter. Weil wir müssen da irgendwie reinkommen. Und das geht so nicht. Ähm... Da kommen wir so nicht rein. Ich hab dich in dem Sieg. Ich hab dich in dem Sieg. Das ist eure gerechte Strafe! Ah Mist Habt ihr gesehen, was ich... Das meinte ich, ja Das hab ich ja gemeint Ja, hat er gut gemacht, einfach von oben Hat er gut gemacht Kann ich nix gegen sagen Komm da nicht rein Aber genau so hab ich mir halt vorgestellt Genauso hab ich mir halt vorgestellt gehabt Mit dem Reinhardt Ah, komm in ihn Ne, ja, das war wieder Was Wer, was, warum Wer, was Oh, scheiße, Mann Hau doch ab, Mann Mit deinem Drecksgranatenwerfer Ehrlich Mann, ey Wer kommt da nicht nach B ran, ne Wer kommt da nicht nach B hin Jetzt steht die da oben Da kannst du nix Kommt schon, Leute, kommt schon Kannst du nix machen Kannst du nix machen Aber ich bin auch nicht böse, muss ich sagen Weil, ähm, die müsste ja verteidigen Et ist halt so, wie et ist Et ist halt so, wie et ist Kannst du nix machen Kannst halt nix machen Gut, dann der Reinhardt Der Reinhardt, der immer am verteidigen ist Dahinter steht der Bastion Gute verteidigt Kann man einfach nix gegen sagen Muss ich eingestehen Das war gut Aber ich muss sagen Meine Wahl zum Reinhardt Ähm Die war auch nicht verkehrt Weil ihr habt gesehen Freunde, danach Sind wir ein Stück rangekommen Aber das war mir schon klar Dass der Bastion Ein Highlight des Spiels ist Naja Nicht schlecht Aber ich feier mich selber Muss ich sagen Ich feier mich einfach mal selber Äh, war nicht schlecht War eine gute Runde Haben sie gut verteidigt Ende Werde ich auch nicht meckern Muss ich sagen Eigentlich wollte ich was trinken Da Uah, komm her Mhm Alles klar So Nächste Runde, bitte Hoffentlich sind noch genug Leute drin So, Verteidigungsstellung Jetzt nehme ich den Bastion Schauen wir mal Wie es läuft Aber Zenyatta Am Anfang war auch nicht so verkehrt Muss ich sagen Na also Lief eigentlich ganz gut Lief eigentlich ganz gut Ich habe gelesen Es soll ein neuer Charakter rauskommen Wann weiß ich nicht Viele haben Spekuliert Dass das so ein Riesenkerl sein soll Aber jetzt Da habe ich irgendwo gelesen Dass das wahrscheinlich So ein kleines Mädchen ist Also Ich bin sehr gespannt drauf Freunde Ich freue mich auf jeden Fall Schauen wir mal Was es gibt Okay Verteidigungsstellung Beziehen Machen wir Ja Ja Ist doch gut Tja Björn Ganz ruhig So Hier ist A Und von da kommen sie nämlich Bleib mal locker Möchte Bleib mal locker Möchte So Ich weiß Das ist natürlich schon Absolut asozial So zu So sich jetzt hier schon Hinzusetzen Aber Freunde Jetzt müssen wir verteidigen Das heißt Ich spiele auf Verteidigung Ganz einfach Ja ich renne Entschuldigung Ich renne da doch nicht rein Und Attackiere alles Zwei Eins Anrauber Nähern Sie Verteidigen Siebziegung A Ich habe Das melt Wie, die nehmen ein? Ey, warum nehmen die denn ein? Wo sind die denn alle? Sind die... Was ist los? Die nehmen... Was? Wie schlecht... Alter, bitte, ja. Alter, das ist schlecht. Sorry, aber nee, das... Nee, das akzeptiere ich nicht. Sorry, nee. Alter, ich bin da, da sind drei Leute und fünf Leute sind nicht in der Lage, zwei wegzumachen. Nee, das... Nee, das akzeptiere ich nicht. Das muss ich auch nicht... Nee, das muss ich auch nicht akzeptieren. Nee, absolut nicht. Hops, denn... Ja, hinter mir? Ja, gefällt dir das, ne? Wenn du mir das auch nur sagst, ne? Nächstes Mal nicht deine Position verraten, dann klappt das auch. Ah, komm schon! Ah, komm schon! Der? Wird dir jetzt auch von hinten kommen, der Typ? Bist du hinter mir, Dicken? Boah, ich sehe... Ich weiß nicht, ob einer da hinter mir kommt. Kapscha, kapcha, 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 kapcha! Mann, warum sterben die dann nicht? Ich halte doch voll drauf. Nehmt doch bitte den Punkt ein, Mann. Hört doch auf, so dumm zu spielen. Harte, da reg ich mich auf, ehrlich. Ey, da sind zwei Leute drin und die nehmen weiterhin den Punkt ein. Ey, das ist scheiße. Mann. Äh, das verlieren wir auch. Sechs Minuten, ey, für ein halben, ein Viertelbalken, Das wird gar nicht, geht gar nicht. Verteidigen. Verteidigen sind drin. Weiß gar nicht, mit wem ich überhaupt rede. Ich spiel ja alleine. Ende! Verloren! Kannst du nix machen! Ja, das war Ja, das war einfach dumm, muss ich sagen. Also, ey, ohne Scheiß. Guckt euch das mal an. Wir haben, wir haben höhere Level gehabt als die und die rennen da so rein und, naja. Nee, das spiel. Nee, das war schlecht. Schade. Nee, das war schlecht. Schade. Kannst dir nix machen. Gut, Freunde. Ich bin raus für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben, Abo da lassen. Habt euch einen schönen Tag. Haut rein. Peace.